Ja hallo und herzlich willkommen bei IT2HEAD Video Tutorials. IT2HEAD ist ein YouTube-Channel, welches als Ziel hat, hunderten von Video Tutorials über verschiedene IT-Themen zur Verfügung zu stellen. IT2HEAD bietet professionelles IT-Wissen auf einfache Art und Weise kostenlos und praxisnah. Die Kenntnisse, die in diesen Videos mitgeteilt werden, sind das Ergebnis von jahrelangen Weiterbildungen und Berufserfahrungen. Dieses Video ist das erste Tutorial einer Serie über das Thema Mail-Server unter Linux. In diesem Video werde ich zuerst erklären, warum wir noch ein Tutorial brauchen und danach werde ich alle Videos dieser Serie kurz vorstellen, damit ihr einen Überblick über den gesamten Inhalt mitbekommt. Damit wir immer den Überblick haben, was wir gemacht haben und was wir noch tun, werde ich einen roten Faden über die Installationsschritte für verschiedene Szenarien vorstellen. Warum noch ein Tutorial über Linux Mail-Server? Es gibt zwei Quellen, wo wir Informationen über die Installation und Konfiguration von Mail-Server unter Linux finden. Als erstes sind Bücher in Papier oder elektronischer Form. Ich habe mich jedes Mal geärgert. Als ich mit der Lektüre eines Buches über irgendein Thema fertig war, dass ich mich am Ende gefragt habe, kann ich wirklich alles umsetzen, was ich gelesen habe? Der Antwort war leider nein, weil Bücher sind meistens nicht systematisch aufgebaut. Das heißt, man erklärt nicht, wo man anfangen soll und per a per geht man in die Tiefe, bis man wirklich in der Lage ist, das zu machen, was man machen möchte. Ihr könnt selber ein Buch zum Beispiel über Postfix lesen und am Ende stellt euch selber vor, dass euer Chef euch beauftragt hat, einen Mail-Server für die Firma zu installieren und zu konfigurieren. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel ihr wirklich in die Praxis umsetzen könntet. In diesen Videos, ihr werdet alles praxisnah lernen und am Ende, ihr werdet in der Lage sein, einen Mail-Server zu installieren und zu konfigurieren. Die zweite Quelle ist das Internet. Im Internet, zum Beispiel bei YouTube, ihr findet viele Videos über das Thema. Aber ihr werdet nie eine Serie finden, die das Thema von A bis Z behandelt, bis man in der Lage ist, einen Mail-Server zu installieren und zu konfigurieren. Dagegen, kommerzielle Anbieter wie zum Beispiel Video2Brain, Linda oder Trendsignal sind besser geeignet. Das Problem dabei ist, dass diese Tutorials zu teuer sind und wenn man sich in mehreren Themen weiterbilden lässt, dann ist man sehr schnell mehrere tausend Euro leichter. Welche Themen werden in dieser Serie behandelt? Ich möchte nochmal betonen, dass unser Ziel nicht alles über Postfix und Zarafa zu lernen, sondern unser Ziel ist, einen funktionierenden Mail-Server unter Linux zu installieren und zu konfigurieren. Wo soll ich anfangen und was brauche ich dafür? Zuerst brauchen wir einen Server, wo alle Dienste laufen. Dafür werden wir den SUSE Linux Enterprise Server benutzen. Damit den Mail-Versand und Empfang funktionieren kann, müssen wir entsprechende Netzwerk- und DNS-Konfigurationen durchführen. Im Video2 werde ich euch zeigen, wie man den SUSE Server als DNS-Server konfiguriert und testet. Als Exchange-Alternativ werden wir den Zarafa Groupware benutzen. Es gibt eine kostenlose Version, die Community Edition, welche kostenlos benutzt werden kann. Um den Zarafa Server benutzen zu können, müssen wir einige Anforderungen installieren, wie zum Beispiel den Apache Web Server und MySQL Datenbank. Im Video3 werde ich euch zeigen, wie man diese Anforderungen für den Zarafa Server installiert und konfiguriert. Nachdem wir die Anforderungen installiert haben, wir werden uns in Video4 mit der Installation des Zarafa Servers beschäftigen. Um die Benutzer mit den verschiedenen Zarafa Komponenten vertraut zu machen, werde ich im Video5 die Zarafa Architektur vorstellen. Dadurch wird man die Zarafa Begriffe in den weiteren Videos besser verstehen. Im Video6 wird gezeigt, wie man Zarafa konfiguriert, sodass die Benutzer des Linux Servers auch gleichzeitig Zarafa Benutzer sind. Das heißt, dass man die Linux Authentifizierung für den Zarafa Server benutzt. Weil Zarafa keinen eigenen MTA Mail Transport Agent hat, Es wird gezeigt im Video7, wie man den PostFix Server installiert und konfiguriert. Damit haben wir einen einfachen funktionierenden Mail Server konfiguriert, mit dem wir Mails senden und empfangen können. Um die Installation testen zu können, wird im Video8 und 9 die Anbindung von Microsoft Outlook und Thunderbird an Zarafa Server gezeigt. Im Video10 werden fortgeschrittenen Benutzerkonfigurationen gezeigt. Der Schwerpunkt wird bei der Benutzung der Kommandozeile liegen. Weil in der Praxis der Outdoor Responder eine wichtige Konfiguration ist, werde ich im Video11 zeigen, wie man von verschiedenen Clients, wie zum Beispiel Outlook und Thunderbird es konfiguriert. Nachdem ich gezeigt habe, wie die Unix Authentifizierung funktioniert, das heißt, dass Linux Benutzer auch Zarafa Benutzer sind, werde ich auch zeigen in Video12 und 13, wie man die Datenbankauthentifizierung konfiguriert. Das heißt, dass Zarafa Benutzer werden in einer MySQL Datenbank verwaltet. Eine der häufigsten Konfigurationen in der Praxis ist der Benutzerverwaltung in einer Active Directory. In den Videos 14, 15, 16 werden die notwendigen Konfigurationen gezeigt. In der Praxis haben die Benutzer begrenzte Speicher für ihre Mailboxes. In Video17 werde ich euch zeigen, wie man User Quotas konfiguriert. Damit die Daten zwischen Zarafa Server und den Clients verschlüsselt übertragen werden können, werde ich euch im Video18 zeigen, wie man die SSL Verschlüsselung für den Zarafa Server konfiguriert. Als Virenscanner werde ich euch im Video19 zeigen, wie man den Open Source Claim EV installiert und konfiguriert und in Zarafa Server integriert. Um den Virenscanner und Spamfilter im PostFix Server zu integrieren, braucht man die Schnittstelle Amavis. Ich werde euch im Video20 zeigen, wie man sie installiert und die notwendigen Konfigurationen für den PostFix Server durchführt. Damit der Zarafa Server Spams filtern kann, werde ich euch im Video21 zeigen, wie man den Open Source Spam Assassin installiert und im PostFix integriert. Im Video22 werde ich euch zeigen, wie man den Server auf einfache Art und Weise sichert. Außerdem werde ich euch zeigen, wie man einen Restore machen kann, damit keine Mails verloren gehen. Um nicht jedes Mal den Zarafa Client per Hand aktualisieren zu müssen, werde ich euch im Video23 zeigen, wie man den ganzen Prozess automatisiert. Es gibt die sogenannten Zarafa Appliances. Die sind vorkonfigurierte virtuelle Maschinen mit vorinstallierten Zarafa Server, damit man auch ohne Linux Kenntnisse den Zarafa Server installiert und konfiguriert. Im Video24 und 25 werde ich euch zeigen, wie man eine Zarafa Appliances installiert und konfiguriert. In Video26 werde ich nochmal für verschiedene Installationsszenarien, wie zum Beispiel Zarafa und Active Directory, alle notwendigen Konfigurationen zusammenfassen, damit man ganz genau weiß, wie man vorgehen soll. Dieses Bild werde ich in jedem Video zeigen, damit man ganz genau weiß, was wurde schon gemacht und wo stehen wir gerade und natürlich, was gibt es noch zu tun. In diesem Tutorial werden drei Installationsszenarien vorgestellt. Die UNIX-Authentifizierung, die Datenbank-Authentifizierung und die Active Directory-Authentifizierung. Die ersten drei Schritte werden für jedes Szenario durchgeführt. Diese Schritte werden in den Videos 2, 3 und 4 ausführlich erklärt. Das erste Szenario ist die Linux-Authentifizierung. Das heißt, Linux-Benutzer sind auch Zarafa-Benutzer. Dafür muss man die Schritte 4 bis 6 der Gruppe links durchführen. Diese Schritte werden ausführlich in den Videos 6, 7 und 10 erläutert. Das zweite Szenario ist die Datenbank-Authentifizierung. Das heißt, Zarafa-Benutzer werden in einer Datenbank verwaltet. Dafür muss man die Schritte 4, 5 und 6 der mittleren Gruppe durchführen. Diese Schritte werden in den Videos 12 und 13 ausführlich erklärt. Das letzte Video ist die Active Directory-Authentifizierung. Das heißt, für die Benutzerverwaltung wird Active Directory verwendet. Die notwendigen Konfigurationen werden in den Videos 14, 15 und 16 erläutert. Die Konfigurationen von 7 bis 17 sind optional. Das heißt, wenn man zum Beispiel User-Quotas konfigurieren möchte, dann weiß man anhand dieser Grafik, dass das Thema in Video 17 behandelt wird. Mit dem roten Faden wird sichergestellt, dass man die ganze Zeit einen gesamten Überblick hat. Außerdem dient als Referenz für diejenigen, die gezielt nach bestimmten Themen suchen. In diesem Video habe ich zuerst erklärt, was IT zu hält ist und was für Ziele verfolgt. Danach wurden die Gründe genannt, warum wir noch ein Tutorial über Mail-Server unter Linux brauchen. Dann wurden alle Videos dieser Serie kurz vorgestellt. Danach wurde ein roter Faden über die Installationsschritte präsentiert. Im nächsten Video werden wir sofort in die Praxis einsteigen und die notwendigen Netzwerk- und DNS-Konfigurationen für unseren Mail-Server durchführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017